So meine Lieben, heute gibt es was richtig Feines und zwar One Pot Pasta, wo ich da schon ein riesen Fan bei geworden bin. Und das Prinzip ist so einfach wie es genial ist, einfach alle Zutaten in einen Topf schmeißen. Ja, sogar die ungekochte Pasta und dann mit den restlichen Zutaten 15 bis 20 Minuten kochen lassen, bis die Pasta al dente ist, abschmecken und fertig ist das Gericht. Und los geht's! Die Pasta in den Topf geben, mit dem Gemüse voraufgießen, die Tomaten dazu, die Paprika, die ich vorher schon geschnibbelt habe, dann einen kleinen Schuss Sahne, das Ganze kocht jetzt schon langsam auf, Parmesan dazu und dann das Ganze aufkochen lassen, circa 10 bis 15 Minuten Zeit geben und zum Schluss abwürzen mit etwas Minzpfeffer und einer ordentlichen Prise Salz. Genauso einfach wie das Gericht zu machen ist, genauso lecker ist es auch. Und ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts mit Tomaten, denn ich habe kein Display, wo ich das kontrollieren kann. Macht es auf jeden Fall nach. Es ist super, super einfach zu machen. Es schmeckt einfach fantastisch. Und durch den Minzpfeffer, den ich verwendet habe, wird das Ganze nochmal ein bisschen aufgefrischt und aufgepeppt. Es gibt im Gericht so eine gewisse Frische, weil da ist Nana Minzpfeffer halt super, super frisch. Passt einfach super dazu. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal One Pot Pasta gemacht habt und was für ein Gericht es war. Würde mich mal freuen, von euch zu lesen. Macht es auf jeden Fall nach. Es lohnt sich. Wenn ihr das Gericht nachkochen wollt mit den genauen Mengenangaben, unten in der Infobox, da ist wie immer das Rezept verlinkt. Da kommt ihr auch zu meinem Shop, wo ihr Gewürze kaufen könnt und mich unterstützen könnt. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Appetit. Das nächste Video kommt auch schon morgen. Da gibt es was Süßes zum Schnabolieren. Also einschalten lohnt sich. Und bis dahin wünsche ich euch einen guten Appetit.